Leicht, handlich und für alle bedienbar. Oskar Barnack entwickelt 1914 den ersten Prototypen einer Kleinbildkamera. Mit der Erfindung schreibt er Fotografiegeschichte. Spätere Modelle dieser kompakten Kamera machten der Plattenkamera Konkurrenz. Aber warum gilt die Kleinbildkamera als Revolution? Was machte sie knapp 99 Jahre nach der ersten Fotografie so besonders? Wie unterscheiden sich die beiden Kameras? Also eine Plattenkamera besteht hauptsächlich aus einem Objektiv mit Blendenvorwahl und Verschluss, einem Gehäuse mit oder ohne Laufboden und eine Halterung für die Platte. Für eine Aufnahme benötigst du eine Glasplatte. Diese Glasplatte wird vorher mit einem lichtempfindlichen Material beschichtet. Nachdem du das Objektiv scharf gestellt hast, legst du diese Platte normalerweise unter lichtdichten Bedingungen in die Kamera ein. Dann stellst du die Belichtungszeit um die Blende ein, entfernst den Schutz vor der Platte und löst aus. Kurz danach schiebst du den Schutz wieder direkt davor. So wird die Platte kurz belichtet und kann anschließend entwickelt werden. Auch die Kleinbildkamera hat vorne ein Objektiv, aber ihr Gehäuse ist deutlich kompakter. Außerdem hat die Kleinbildkamera einen Sucher, einen Spannhebel, einen Bildzähler und eine Rückspulkurbel. Für eine analoge Aufnahme ist ein Kleinbildfilm von 24 x 36 mm nötig. Diesen Film legst du in einer lichtdichten Patrone in die Kamera ein. Als nächstes spannst du den Verschluss. Danach passt du die Belichtungszeit, die Blende und die Schärfe an das Motiv an. Drücke jetzt den Auslöser und fertig. Nach einer Aufnahme spurt du die Filmrolle weiter, spannst den Verschluss neu und dann ist alles bereit für dein nächstes Foto. Warum war die Erfindung der Kleinbildkamera eine Revolution? Dafür gibt es vier wesentliche Gründe. Erstens, weil die Kleinbildkamera so klein und handlich ist, konnte sie einfach überall mit hingenommen werden. Zweitens, durch die Aufnahme mit einer Filmrolle statt einer Glasplatte konnten gleich mehrere Aufnahmen hintereinander gemacht werden. Drittens, eine Revolution entstand auch dadurch, dass viel mehr Menschen den Zugang zur Fotografie erhielten. Viertens, im Prinzip war die Kleinbildkamera der Plattenkamera in ihrer Bildqualität unterlegen. Aber diese damals neue Variante einer kleinen Kamera machte die Fotografie mobil. Und das war revolutionär. Es entstand ein neuer Bildstil. Ungezwungene Schnappschüsse ersetzten die Bilder mit der Plattenkamera, für die eine lange Zeit stillgestanden werden musste. Schnell und unbeobachtet ein Foto schießen zu können, war besonders für den Journalismus eine große Bereicherung. Musste die Welt noch zur Glasplattenkamera ins Studio kommen, konnte die Leica in die Welt hinausgehen und sie dort so einfangen, wie sie ist. Und auch in der Kunst entdeckten einige Menschen neue Möglichkeiten der Gestaltung mit der Kleinbildkamera. Die Erfindung von Oskar Barnack begeisterte die Menschen vor knapp 100 Jahren und ist auch heute noch für uns spürbar und nicht mehr wegzudenken.